Hey, da hab ich die Flavina. Ich muss noch ein bisschen mehr hier so rumvloggen und Leute filmen, so vom Boden aus. Mein Boden-Vlog. Soll ich auch filmen? Findet das cool, wenn ich euch so einfach... Warte, Achtung. Hallo Leute, das sind meine allerbesten Freunde hier. Hey, was geht ab? Oh, ich hab gar nicht aufgenommen, na super. Wisst ihr, ich bin einfach nicht fürs Vloggen gemacht. Guck mal, da sind Menschen, die ich gesehen habe. Jetzt hätte ich euch eigentlich schon mal gesagt, aber ich hab leider vergessen aufzunehmen. Ich kasse mein Leben. Spendet mir ganz viel Geld. Link in der Beschreibung. Tschüss. Das ist ganz schön voll. Das ist krass. Das ist ganz schön. Das ist krass. Das ist krass. Einen Applaus! Ja, das ist wunderschön! Hast du Reichweite? Ach fuck, hast du Reichweite? Du hast doch Reichweite, oder? Ja, ganz viele! Danke! Hast du Reichweite? Vielleicht. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Moment mal, wo ist der Zino? Das hat auch noch Reichweite. Ich hab drei Abonnenten, bitte abonnieren Sie mich auf YouTube. Ich will dich nur ins Dunnel packen, egal was du sagst. Dankeschön! Wir spielen nämlich schon was Tetris und Jenga und alle feiern's. Ich check's nicht. Erster Tipp, holt euch ein Skateboard, wenn nicht, ist echt scheiße. ... ... ... Das war's für heute. Abonnieren nicht vergessen, du hast ganz viele Likes, da ich brauche das Geld. Danke schön, tschüss. Abonniert diesen Kanal für mehr Fitch-Spinner-Tricks. Los. Das ist echt voll krass, warte mal, kann ich hier ein Green Screen draus machen? Warte mal. Jetzt bin ich in Afrika und jetzt bin ich bei Pyramiden und jetzt bin ich unter dem Ausdruck. Cool. Das geht 702. Alter, das geht 702. Ey. 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 Ja, 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 ja. Okay, es ist jetzt Samstag, wir haben 6.10 Uhr und ich werde jetzt in meine spontane Unterkunft, gehe ich ja überall Glitzer, vielen Dank an Jody dafür, das werde ich jetzt noch wochenlang mit mir rumtragen und ja, es wird absolut wahnsinnig, frau mich voll. Ich habe gerade noch mit Annika ein bisschen rumgechillt, das war sehr cool, einfach der absolute Wahnsinn, kann ich echt nur empfehlen, ich bin ein bisschen zu müde, ich glaube, ich erzähle euch das so ein bisschen im Auf, was ich gemacht habe und mache so ein bisschen erklären Shit, weil ich bin sehr müde, tschüss. Hey, guten Morgen, es ist jetzt halb eins oder zwölf oder so, ich habe jetzt geschlafen und meine Haare sehen ganz komisch aus. Ich werde jetzt nach Hause laufen, beziehungsweise mit der Bahn fahren, also zu Lexa und dann werde ich mich da nochmal hinlegen, weil ich echt mega im Eimer bin. Ich möchte irgendwie so die nächsten 10 Jahre gar nichts mehr machen, bitte, danke. Und dann gucken wir mal, vielleicht gehe ich noch ins Kino oder so, ich gehöre nicht mal auf die Gamescom, ich bin einfach im Eimer. Yo. Ich bin, oh Gott, ich bin so fertig. Tschüss. Richtung Köln-Nibbis, bitte in die Linien S6 oder S11 umsteigen. Köln-Nibbis, bitte in die Linie S11 umsteigen. Next stage. Startes Update, abonniert meinen Kanal. Wuuuuh, Schweizer Schokolade. Ah. Angriff. Mehr davon. Ich liebe das Highlife, Leute. Wuuuuh. Da kriegen wir schon das Ziviles mit. Wuuuuh. Oh Gott. Oh, Bilder. Der absolute Wahnsinn, es gibt nichts besseres, was noch krasser wäre, als so viel Schokolade. Außer eventuell noch mal genauso viel Schokolade. Ahahaha. Das war gar nichts als du. Oh. Yo, bitches. What up. Ich bin Schweizer Schoki-Mann. Wenn ihr mehr davon haben wollt, also quasi mehr, lasst doch ein Like da. Und ich schicke euch die ganze Schokolade direkt nach Hause. Ah, Bonbons. Auch. Lasst einfach jetzt einen Like da. Der Hot-Button brennt. Lasst den Like-Button da. Und ich schicke mir den ganzen Zucker über den Kopf. Ja, wir kommen bei der Unterkunft der letzten paar Tage. Hier sehen wir Licht. Hier sehen wir mein Bett, was jetzt eigentlich gar kein Bett mehr ist, sondern nur eine Ausflug-Coach. Und einen Fernseher, den noch nicht benutzt hat. Und eine Decke. Und ich leg mich hier noch mal hin, weil in zwei Stunden dazukommt. Und, beziehungsweise in drei Stunden, aber ich muss noch zu dem Zug hin. Deswegen werde ich jetzt nochmal schlafen, zwei Stunden lang. Und mein Handy wird dann einfach ganz laut vibrieren. Und dann werde ich sagen, oh nein, ich muss aufstehen und dann stehe ich auf. Wow, gibt's gar nicht. Unglaubliche Geschichte. Kann ich nur sagen, lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal. Tschüss. Hey Leute. Ich fahr jetzt nach Hause. Ich zeig euch ganz kurz nochmal über die Wohnung. Und wie krass hell ich bin. Das ist sie. Hier drin habe ich gewohnt. Da habe ich Smash gespielt und alles Mögliche. Und alles Mögliche an diesem Fernseher getan. Da draußen ist die unglaublich krasse Aussicht. Oh, okay. Ich will die auch mal sehen, ganz kurz. Einmal noch ganz zum Ende. Hammer. Wie crazy aussieht. Oh, dann muss ich es dunkler machen. Dann sieht man gar nichts. Hier ist einfach... Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Was? Hat's dir wenigstens gefallen? Mir hat's mega gefallen. Hey, nein. Das ist neu. Hammer Wahnsinn. Und ja, hier liegt ganz viel Zeug rum. Weil wir hier gelebt haben. Ja. Und da mache ich immer sehr, sehr viel Dreck. Da ist was richtig cool ist. Und zwar nämlich Anti-Mückenzeug. Beziehungsweise Behandlung von Mückenstichen. Weil davon habe ich echt ein paar zu viele. Hast du behalten? Da haben wir gegessen. Da habe ich mich im Spiegel mal betrachtet. Ganz oft. Da ist noch mein Essen, was ich nicht weggeräumt habe, weil ich ein Schwein bin. Da ist Teppich, wo ich draufgelaufen bin gerade. Ups. Und da ist eine Küche. Da traue ich mich jetzt aber nicht hin. Wahnsinn. Du hast immer noch was vergessen. Wie darfst du damit gehen? Hey, guck mal Raga. Dein Geburtstagsgeschenk hast du vergessen? Ups. Weißt du, warum wir das machen? Weil du schwarz bist. Loy. Das macht man nämlich so. Wenn ein Schwarzer sein Geburtstagsgeschenk vergisst, dann muss es demnächst ein bisschen Weißen gegeben werden. Auch wenn er nicht Geburtstag hat. Irgendwann in Wohnung ist da irgendwo gepennt. Ne, das habe ich schon geflockt tatsächlich. Da war ich richtig krass. Ja. Ich würde sagen, wir müssen jetzt los ins Feld, was ich den wusste. Lass alle Likes da. Guck, noch mehr Schokolade. Oh Gott, dieser Rucksack geht so schwer. Der war Wahnsinn. Huh? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wenn man jetzt nach normalem Menschenverstand gehen würde, würde man denken, yo, der Noah, der ist jetzt ein bisschen im Eimer so. Der macht jetzt heute nichts mehr. Äh. Ja. Genau. Ich geh heute mal an Badesee. Um halb elf. Yo. Ich denke mal, ich werde das überleben. Ich habe keine Schwimmsachen dabei. Wenn, dann schwimme ich einfach mit Klamotten. YOLO. Äh. Denn ihr wisst ja, momentan ist meine YOLO-Phase. Und die hört in Köln nicht auf. Ganz klare Geschichte. Liken, teilen, abonnieren. Alles Mögliche auf einmal am besten. Ich brauche eine Hand zum Blinken, deswegen muss ich jetzt aufhören. Bis dann. Kannst du mal ein paar Tricks machen? Kannst du Tricks? Oh nein. Hammer. Oh nein. Kannst du eine Kamera sein? Ja. I'm so sorry.